So Leute, jetzt willkommen zu einer kleinen Runde des besten Spiels des Jahres, ja des Jahres und zwar Spell, 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 Spellforce, nee, Spellcraft, genau. Der eine oder andere kennt vielleicht die Warcraft 3 Mod Warlock, das ist quasi das Pendant, also der Nachfolger und ja, ihr werdet gleich das pure Gemetzel sehen. Achso, ja ganz knapp hinter, hinter Fortnite, was das angeht. Ja, ziemlich knapp. So, muss mal gucken, ja das knallt schon gut, sehr gut, vom Sound passet. Ja, mit dabei die üblichen Schurken, außer natürlich Kutscher und Splatterman. Ja, hier sind noch alle, hier sind noch alle konzentriert im Craft. Ja, ich, ich, ich lese gerade noch durch ein paar Sachen. Wir müssen hier natürlich unsere Kongressler perfekt machen. Oh, was, ich bin noch gar nicht ready gewesen. Ich habe nicht mal ein fucking, äh, Toxper, die Zeit ist over, Leute. Ich habe sogar nebenbei, meine Skr-Loll, du willst Krieg? Alter, Max, ne? Ich wollte nur sagen, wir waren Platz 1 und 2, natürlich will ich Krieg. Ich hatte Most Damage, mein Skin bekommt man übrigens nur, wenn man Most Damage hatte. Oh, es wird auch so, oder? Ja, ist nicht schlimm. Ist es nicht? Ja, geil, ja, ich habe jetzt nichts. Oh, ich habe jetzt gar nichts. Ja, ich habe nur halt defensives, also TNT, sagt man so ein Scheiß. Nur den F? Achso. Oh, was ist das denn? Ei! Boah, der letzte Sightseller war. Ey, du hast ja die selben Splits wie ich, Sola. Ja, na klar. Du darfst nochmal, Johnny. Nick. Jo. Jo. Wo ist es denn bei dir? Hä? Wovon hast du Damage bekommen? Ich glaube, irgendwer anders spielt auch noch dieses Spiel. Ne, ne, ne. Ist sowieso. Ey, 1v1. Ich lasse mich mal alle alleine. Ja, ja, Kevin zieht sich schon wieder raus, ja. Ey, ich habe nichts zum Angreifen. Alle auf Kevin, Junge. Auf der Kipp. Zu Ripp. Zu Ripp, Alter. Nicht den GSG-Spannung. Ey, man kann das übrigens auch in Team spielen, falls ihr in der nächste Runde das mal machen wollt. Oh, shit. Jo, da will ich raus hin. Ach, wir machen hier die Säure hin. Ja, die drei Spacken da haben, die Säure. Oh, Leute, ich habe mich selbst getrimandiert. Drei? Ne, Tim. Das wird nichts. Nee, Alter, ich bin voll gegen das Ding gelaufen. What? Oh. Uh. Oh, Kevin, was war das denn? Oh, what? Oh, Sola, was ein Hitze. Oh, what? Das ist aber ganz schön long range, Alter. Scheiße, jetzt habe ich verkackt. Alter, das Gif kann man gar nicht pratschen, Alter. Na, da musst du halt, das heißt, ja. Da musst du predikten, weißt du. Ha, ha. Da kriegst du deinen Untergang, Alter. Alter, jetzt wird es aber eng für fünf Leute. Scheiße. Oh, mein Gott. Ganz so, da habe ich was aus der Ecke fliegt. Junge, jetzt halt echt eng. Nein, nein. Wie scheiße. Junge, welche Portation ich habe, Junge. Okay, Reiner. Oh, ich bin aber weggekickt. Bitte nicht. Oh, mein Gott. Reiner, Kimi. Zack. Ciao. Oh, what? Nein. Oh. Oh, der hat... Oh, Maxi, echt? Da macht er das echt, der Kevin hier, oder was? Ich glaube es nicht. Alter, Johnny geht doch... Der geht doch nur auf mich. Oh, nein. Was? Oh, ich habe nichts zum Angreifen. Ich bin fucking unlucky. Nee. Ja. 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 Scheiße. Man darf nicht als erstes reden. Johnny so hart gerippt, holy shit, Alter. Was ist jetzt bei dir los, hier? Das ist ja komplett easy, da. Da kriegt er einmal hier wieder was geschissen, oder? Da kommt er direkt so? Einmalmal. Ich bin Johnny. Ich mache zwar nicht Most Damage, aber ich gewinne über Punkte. Okay. Sag, Mister, ich traue mich nicht in gefährlichen Gebieten für Fortnite. Okay, ist in Ordnung. Schauen wir mal. Warte mal. Genau direkter Angriff. Genau das Gegenteil habe ich doch behauptet. Ah, ja, ist okay. Ich sage, ich gehe immer... Okay, ich bin ready. Jetzt gewinne ich meine erste Runde. Jetzt kommt der hier. Achso, oder? Oh, warte mal. Ich mache das mal lieber hier rüber. Ah, jetzt habe ich was geiles, Alter. Ja, hier ist der Blitz. Der Blitz ist aber auch nicht so leicht zu dodge, ne? Der Blitz, der ist halt fast instant, ne? Aber der hat halt nicht so viel... Ich glaube, das Skift ist auch ganz nice, um immer mal wieder ein bisschen Damage zu machen. Das ist echt schwer zu dodge, in das Skift, oder? Ja, das Skift ist fast imposibel. Ey, ich verstehe. Ich verstehe meinen... Ehe nicht so. Dieser Scheiß-Homing-Speak, Alter. Aber warte mal, bis ich mein Schild wieder gelevelt habe. Oh, nein! Ich mache mal ready. Sollte, ich mache mal ready. Das hat geknallt, ey. Juhu, das war so nicht. Könnte ich glauben, dass es so hart ist. Ich finde, das Spiel... Das Geil am Spiel ist halt auch, dass es so selbst erklärend ist. Johnny hat das Schild! Ich bin ready, Max. Oh, da kriegt er diese... Säure! Okay, krass, Alter! Okay, wir werden vielleicht auch ein bisschen wegachasen. Aber der Bumerang ist auch so nice. Hier, spielt mit dem... Oh, loll. Was war das denn? Ich kann mich nie bewegen, Alter. Okay, Solana. Achso, das ist mein Spell. Den kriegst du trotzdem rein. Lockdown. Zack! Alter, zwei... Komm, Solana. Oh, what? Loll. Tim. Komm. Das Kackschild! Amener! Amener! Oh, nee! Alter! Hey, der kommt noch! Der kommt noch! Oh, fuck! Ah! Hey, ich bin stark! Oh, yes! Nein! Nein! Fuck! Ah! Was war das? Oh! Oh, was? Nein! Oh, das tut richtig weh. Fuck! Das war zu viel Schaden. Alter, Anderkin, ne? Ich krieg grad mit, dass sie hier die ganze Zeit... Oh, shit! Überecke! Ah! Was sagst du denn? Hierzu! Es kommt von innen! Äh, cool! Loll! Ja, damit wie viel Scheiße hier ist! Oh, nö! Oh, Anarki! Mach keinen Scheiß jetzt! Oh, nein! Oh, nein! Hey, Kevin ist uns nicht boah! Nein! Ja, Anarki's Ripp! Ah, das war meine erste gute Runde! Nein, das Gift! Ich hab das Gift nicht gesehen! Nein! Das war mein Gift! Nein! Ja! Das hab ich vor dem Tod noch gelegt! Nein! Ich hatte den Windsamen, dann hab ich 400.000 damage aus einem Pissgift gekriegt! Das Gift ist voll broken, Alter! Alter, ich kann nicht mehr! I'm small! Das Game macht mich fertig! Im Closed-Game ist das Gift halt übel strong! What the fuck? Mann, 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 Mann! Ey, Teleport Beacon was? Beacon, was? Geil, ich bin ready, Alter! Ich bin heiß! Werd besser! Merk das schon! Die Hunde, gerade war für mich kein Erfolg, Alter! Ah, ich mach mal Sola ein Tuckenlauter! Das Problem ist, wenn du einmal gewonnen hast, dann... Hast du Druck! Dann gehen auch alle vor allem auf dich drauf! Ja, ist so, ist so, ne? Und ich hab jetzt quasi so'n So-Nias, Alter! Soos-Nias! Soos, soos, soos! Saas, saas! Saas, soos, soos, saas! Saas, soos, soos, saas! Soos-Nias! Soos! Ja, guck, zack! Immer wenn einer mit seinem Spacken-F-Dings-Dingster ankommen will! Das Ätzende ist quasi... Ich geh ja voll darauf, andere rauszunocken, aber jetzt hat ja jeder mindestens einen Blink! Dann wird das Ganze ein bisschen schneller! Ja, wollen wir ready drücken, oder wollen wir uns hier betteln? Ich find das doch eigentlich ganz geil! Ich mein, hier stirbt man nicht, ne? Hast recht! Ich mach was Neues! Let's go! 2! 1! Die Range vom Feuerwehr ist halt nicht so... No, man kann ja die verändern, was auf welcher Twister ist! Das ist ja mega geil! Erstmal Dark Gift hinlegen! Oh! Erstmal der BTO ins Gesicht! Alter, das ist Kack-Gammel-Gift, Junge! Behalt das noch! Alter, der Kempfarmistik! Nein! Ja, es geht auf ihn! Tschüss, Tim! Hier geht auch Gift hin! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gift ist Gift! Junge, das ist der ungespielt-Skin! Zack! Nein! Alter, magst das, aber... Oh! Und Gift! Zack! Ciao! Boah! Der Meteor ist schon wieder! Ah! Schwupp! Schwupp! Zack! Hier, fress das! Nö! Ja, der kommt näher! Oh! Oh! So! Loil! Was? Ich bin voll in der Mitte, das riecht dumm! Alter, noch so'n Meteor dahintesten, oder was? Ah! Oh, das Gift! Zack! Ich hab nicht drauf geachtet! Zack, Zack! Nee, Sola! Nee, Sola! Das ist jetzt ärgerlich! Hekt mich! Zack, Junge! Nein! Wie, das Gift schadet mir auch? Das war doch meins! Ich hab geblockt gerade! Aha! Oh, okay! Oh, was? Hier, nimm das! Oh! Nein! Lol! Aus mit dir! Das kann man nicht blocken! Scheiße! Oh, Kevin ist ja noch richtig lit hier! Oh! Shit, Alter! Ist das die Healing? Nee! Hm! Hä? Oh! Okay! Ja! Ich hab' gut geballert! Du, aber mit 52 AP! Ja, aber der Score ist nicht gut! Das Gift macht einem selber auch Schaden, ne? Ich hab' grad Gift auf Max gemacht, war dann selber noch drin und dann hab' ich auch Damage gekriegt! Sehr gut! Dann ist das nicht so broken! Ihr selber halt Damage macht! Die Musik ist auch richtig geil! Alter! Hyper, Hyper, Junge! Man kann doch nur einen Area-Effekt nehmen! Fällt mir grad auf! Utility, die kann man alle überhaupt nur einen, oder? Account zwei Utility! Nee, Utility geht auch nur einer, glaub' ich! Äh, Travel geht auf jeden Fall nur einer! Ja, ja! Travel geht nur einer und Area geht nur einer! Und Defensive geht nur einer, glaub' ich! Ich brauch so fünf Travel Spaces! Ja, nur Offensive und Utility! Utility! Yeah, shit! Mann, das will ich auch mal gewinnen hier! Ich hab' schon eine Runde! Alter! Oh, Leute! Shit! Das war... Alter, dieses Kack-Armener-Gift! Jo, und er macht noch seine Zone hier rein! Hahaha! Lola! Ach, schade! Was passiert? Das denk ich mir auch damit, Alter! Oh, shit! Aha! Oh, Johnny, das war'n nächstes Level-Play! Oh, shit! Fickt euch! Fickt euch! Was? Ein guter Block da! Das musst du dir lassen! Holy shit, da hab' ich grad' richtig kassiert! Fuck my life! Mann, Nucky! Nimm' nächstes Gift hier! Nimm' nächstes Gift hier! Äh... Ach so, da hab' ich den! Ach, schade! Boah, ich muss jetzt mal wieder klarkommen, ich hab' meine Spells umgelegt! Ah, ich muss nur noch klicken, oder was? Ciao! Oh, was? Wie ist denn das gemacht? Ich hab' einfach'n Spell gemacht, Junge! Ciao! Boah! Alter! Das war doch... Das war jetzt nicht so nice! Ich hab' nicht richtig Ping-Pong gespielt, ey! Oh, nicht schon wieder, Mann! Wir machten die Gräber! Sind das automatisch vom Game, oder wat? Ey, ich bin tot! Yo, mein GIFs, Alter! Komplett broken! Oh, ist Kevin eigentlich schon wieder so full live? Ah! Das ist eine gute Frage! Mann, immer auf mich her! Komm, komm! Tim, lass mal auf Kevin! Guck mal, der hat 67 Leben, Tim! Okay, komm! Hier! Nein! Sorry! Der sollte auf ihn gehen! Wow! Was macht Tim da? Hä? Ich kann mich nicht bewegen, what? Ja, Kevin ist ein kleiner Socher! Oh! Kombo, Junge! Nein, das wollte ich nicht! Ja, aber das ist ein kleiner Socher! Oh, shit! Oh, ich bin drin! Unlucky, mach jetzt! Unlucky, du musst ihn töten! Nein! Unlucky, du kack genug! Voll in den Ding rein, Alter! Wieder Low Score! Ey, ich hatte alles auf cooldown! Ey, der spielt halt auf Wind, der Junge! So, das Ding war scheiße! Das hole ich wieder raus! Ich glaube, das Gift ist overrated! Das ist gar nicht so, ey! Wenn man was saved, kriegt man dann alles wieder? Wie bitte? Ja, ja, du kriegst alles wieder, ja! Aber komplette Coins? Glaubst schon, ja, oder? Subotility kann man 2 nehmen, habt ihr gesagt? Ja! Ja, Utility und Offensive kann man 2 nehmen! Ah, ich bin schon eh überfordert mit 3 Spells gefühlt! Alter, man kann aber auch 3 Damage Spells gehen! Hm! Ja! Das ist die beste Verteidigung, heißt das doch, oder nicht? Ah, das soll ich halt auch, ne? Oh, lol! Warte mal! Bis jetzt ist aufgefallen, dass meine Q ja bouncet! Ne! Ich hab die, glaub ich, nie getroffen! Doink! 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 Ah, ok! 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 Probiert das mal aus! Mal gucken, wie das wird! So, ja, bist so fucking full bar! Der Hook ist eigentlich ganz geil, wenn man den trifft! Der Hook zieht halt einfach nur ran, oder was? Jo! Und du kannst dich halt an andere Gegenstände gucken, wenn ich... Nein! Oh, jetzt hab ich... Ich hab aus Versehen noch auf Style All gedrückt! Oh nein! 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 Was? Nein! Nein! Was? Was? Ich wurde direkt gebumst! Ich wurde direkt gebumst! Ich wurde direkt gebumst! Oh! Da war's schon abgelaufen! Nimm das! Das ist mal das rote Auge hier! Das soll man nicht aufheben, oder? Nee! Das von mir! Oh! Na Kevin, leg dich nicht mit mir an, Junge! Das bereust du! Ah shit! Ich baller erstmal gegen die Säule! Alter! Ich hab richtig schon gefickt! Junge, ich will doch nicht auf dich! Verpiss dich! Sorry! Okay, okay! Frieden! Ah, das war ich jetzt nicht! Das war automatisch! Scheiße! Ja, ich weiß! Ich kenn dich doch! Okay, okay, gut! Johnny? Ja, was geht ab? Ripp, Alter! Was ist das denn? Shit! Ich bin erstmal übel fikt! Okay! Oh! Kombo, Junge! Nein! Nein! Scheiße! Oh, der Tim! Der Bouncer, Junge! Alter! Einmal dreimal den Bouncer in die Fresse! Oh, was geht ab! Den nehm ich noch! Oh! Oh! Unlucky, ist das Comebackplay 3 Leben? Machst du das noch? Nein! Säure! 3 HP, Alter! Keine Ahnung! Oh, der Meteor! Ja! Most Assists! Kevin, du bist nicht mehr Top 3, Junge! Irgendwann hab ich die meisten gekillt, Alter! Ja! Machst du doch den besten Ping hier! Das seh nicht! Voll! Unlucky mit dem B-Zock! Hahahaha! Obes Assur hat einen Nuller-Ping! Tim hat Most Killed? Ja, ich hab den Last im Scheiß! Ey, ja! Ich hab übel gebrüllt! Das hab' auch gemacht! Krass! Ja, das war... Ne Folge... Summoner Sorcery... Wie? Summoner Crawford? Spell! Spell! Steht da in der Beschreibung, Leute! Nächste Runde machen wir mal wir gegen Bots! Oder? Oder Teams! Ja, mein ich ja! Ah ne, wir sind alle drei! Scheiße!